hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video schön dass sie wieder eingeschaltet habe heute dem video möchte ich euch die christrose etwas vorstellen die christrose blüht mit als erstes im garten nämlich meistens schon ab januar und je nach witterung dann auch bis zum april durch ich möchte euch in dem video ein paar pflegehinweise geben die christrose kann bis zu 30 jahre alt werden damit sie das dann auch wird muss man wie gesagt einiges beachten und was das ist das zeige ich euch jetzt hier mal nach folgenden video sofort bevor wir mit den pflegehinweisen anfangen achtet bitte darauf dass die christrose giftig ist also haltet sie von kleinen tieren oder kleinen kindern auch fern achtet darauf im umgang sollte auf jeden fall nicht verzehrt werden der saft der christrose wenn man jetzt ein blatt oder auch den stengel abbricht sind wie gesagt giftig kommen wir jetzt zum ersten punkt das ist der ideale standort die christrose mag es obwohl sie extrem winter hat es trotzdem etwas geschützt wie ihr gesehen habt ist es bei mir der fall ich habe hier eine laube so ein bisschen davor die so ein bisschen vor wind und wetter auch schützt und im sommer auch genügend schatten spendet die christrose möchte nicht im sommer der vollen sommer sonne ausgesetzt werden trotzdem muss es ein standort sein wo im winter auch genug sonne hinkommt dass die christrose sich auch entwickeln kann und dann auch früh im januar schon anfangen kann zu blühen von daher kann man sagen ideal ist vielleicht ein standort wo morgens sonne hinkommt oder auch in den abendstunden aber die pralle mittags sonne mag sie halt nicht die christrose ist nicht zu anspruchsvoll allerdings solltet ihr trotzdem darauf achten denn so fühlt sie sich am wohlsten dass ihr einen kalkhaltigen aber durchlässigen boden also erdreich habt kommen wir nun zum punkt gießen und düngen der christrose die christrose braucht nicht allzu viel wasser allerdings sollte das erdreich auch nie komplett austrocknen von daher achtet darauf dass ihr es leicht feucht haltet aber wie gesagt nicht zu viel wasser staunässe könnte die christrose euch nicht verzeihen nur wenn ihr sie wirklich richtig haltet und richtigen pflegebedingungen wird sie auch wirklich sehr alt dazu gehört übrigens auch dass die pflanze nicht immer mal wieder umgepflanzt wird in der regel muss die christrose an einem standort verbleiben damit sie dort auch lange lange leben kann das gleiche ist mit dem düngen auch hier ist in dem fall der christrose weniger etwas mehr in der regel mit blütenbeginn zum januar februar je nachdem wann bei euch die blüte beginnt witterungsbedingt könnt ihr etwas dünger geben und dann vielleicht im august noch mal als dünger eignen sich organische dünger wie hornmehl oder kompost ich mache es in der regel mit kompost oder auch kaffeesatz wer meine videos kennt weiß dass ich sehr sehr gute erzieher im ergebnis der ziele mit kaffeesatz wenn ihr eure christrose vermehren wollt gelingt das hier in der regel auch relativ einfach es gibt hier zwei methoden die sich bewährt haben das ist zum einen die vermehrung durch samen habe ich allerdings selber noch nicht gemacht weil ich wird mehr die vermehrung durch teilung empfehlen hat auch den vorteil dass ihr dann eine sorten echte pflanze vermehrt habt und das könnt ihr im prinzip im frühjahr am besten machen nach der blüte könnt ihr die pflanze dann einmal teilen und die beste pflanzzeit dann für pflanzen wenn ihr sie vermehrt habt oder auch vielleicht neu gekauft habt ist dann auch immer frühjahr oder herbst jetzt kommen wir noch zum letzten punkt der nicht ganz so wichtig ist bei der christrose das ist der rückschnitt der ist hier eigentlich in der regel auch nicht nötig die christrose wird in der regel nicht viel größer als 30 zentimeter und ja was soll man zurückschneiden im prinzip eigentlich nur unschöne blätter oder wenn irgendwas abgestorben ist also totes material tote blätter abgestorbene blätter etc das könnt ihr rausschneiden alles was im prinzip so ein bisschen unschön aussieht hier in der pflanze kann ich euch jetzt leider nicht zeigen da hier einfach nichts ist was man zurückschneiden könnte also das könnt ihr machen wenn es zum thema rückschnitt geht mehr aber ist hier bei der christrose nicht notwendig und das war es auch zum thema christrose falls sie fragen anregungen oder kritik habt könnt ihr das gerne unten in die kommentare reinschreiben ich hoffe dass euch mein video gefallen und auch weitergeholfen hat wenn ja würde ich mich sehr über einen daumen nach oben freuen ihr könnt auch gerne meinen youtube kanal abonnieren das ganze ist auch kostenlos und dann sehen wir uns auch im nächsten video wieder bis dahin